Du musst das abwenden, sonst geht die Menschheit zugrunde. Und das Universum wird das nicht einmal bemerken. Meiner Meinung nach ist die Existenz von Leben ein höchst überschätztes Phänomen. Du musst dich nur hier umsehen. Der Mars kommt prächtig zurecht ohne einen einzigen Mikroorganismus. Hier ist die Landschaft ständig im Wandel. Sie bewegt sich und formt sich immer wieder neu um diesen Pol herum. Wellen, die 10.000 Jahre fließen. Hier ist die Landschaft ständig im Wandel. Sie bewegt sich und formt sich immer wieder neu um diesen Pol herum. Wellen, die 10.000 Jahre fließen. Hier ist die Landschaft ständig im Wandel. Sie bewegt sich und formt sich immer wieder neu um diesen Pol herum. Wellen, die 10.000 Jahre fließen. Du musst nur sagen, dass ich das alles wesentlich verbessern ließe. Durch ein Einkaufszentrum und eine Öl-Biblein. An diesem Fall ist die Landschaft ständig im Wandel. Werner Flirt, werden die 1.000 Jahre fließen. Und zwar auch aus der Zeit mehr. Aus dem Wandel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020